Ihr wollt eine Bestandsimmobilie kaufen und diese Bestandsimmobilie energetisch sanieren. Da gibt es zinsgünstige Kredite von der KfW und Tilgungszuschüsse in diese vergünstigten Kredite. Dazu habe ich euch heute ein ausführliches Beispiel vorbereitet, auch welche Herausforderungen mit dieser Beantragung des KfW-Darlehens einhergehen. Teilt dieses Video gerne mit den Leuten, die sich eine Bestandsimmobilie kaufen wollen, damit die wissen, was kommt denn da auf uns zu, wenn wir auch diese zinsgünstigen KfW-Kredite beantragen wollen. Und ich habe uns heute mal ein Beispiel vorbereitet. Ihr wollt eine Immobilie kaufen, die aktuell im Energieausweis die Klasse H ausweist. Und das Ganze wird dann mit einem KfW-Darlehen zu 0,94% Sollzins für die Sanierung finanziert. Tilgungszuschuss bis 50.000 Euro in diesem Beispiel. Also Geld, was ihr auf dem Darlehen gut geschrieben bekommt. Und wir schauen uns die Beantragung und auch die Herausforderung dahinter an. Also das Ziel ist es, eine Bestandsimmobilie zu kaufen, wo im Energieausweis die Klasse H ausgewiesen wird. Die Klasse H heißt, das ist ein sogenanntes Worst Performing Building aus Sicht der KfW. Warum mache ich das bewusst mit der Energieeffizienzklasse H beziehungsweise mit der Klasse H im Energieausweis? Weil für dieses Worst Performing Building gibt es nochmal einen extra Zuschuss von 10% von der KfW. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wie das Ganze dann auch verrechnet wird. Das Ziel ist es, diese Immobilie zu kaufen und auch zu sanieren in einem Energieeffizienzhaus Standard 55 EE steht für erneuerbare Energien. Es gibt auch andere Energieeffizienzstandards. Schaut euch das gerne mal auf Seiten der KfW an. Ich habe euch die Quelle unten verlinkt. Da kommt ihr auch zu den ganzen Informationen, kompakt zusammengefasst, welche Möglichkeiten ihr habt. Für das heutige Beispiel habe ich uns EH 55 EE rausgesucht. Und das Ganze müssen wir dann aufteilen in zwei Darlehen. Einmal für die Kaufpreisfinanzierung, also ihr kauft die Immobilie und wollt diese Immobilie finanzieren. Und in das Darlehen B für die Sanierung und den Zuschuss. Und wie sieht denn konkret die Darlehensübersicht aus? Im ersten Schritt beantragt ihr das Darlehen A und das macht ihr in der Regel sofort. Das heißt, ihr einigt euch mit den Verkäufern auf den Kaufpreis, geht zum Notar, unterschreibt den Kaufvertrag und die Bank überweist dann das Geld an die Verkäufer. Thema erledigt. Jetzt könnte man ja sagen, ja super, dann beantragen wir doch direkt, wenn wir die Kaufpreisfinanzierung beantragen, beantragen wir doch direkt auch die Sanierungsfinanzierung. Das ist aber nicht immer so einfach und direkt umsetzbar. Und das hängt nämlich mit der Sache an sich zusammen von der KfW, wie der Antragsweg ist. Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Erstmal schauen wir uns das KfW Darlehen an, welche Möglichkeiten ihr überhaupt habt. Also wenn ihr in den EH55EE Standard saniert, dann könnt ihr bis zu 150.000 Euro Darlehen aufnehmen und bei einer 20-jährigen Laufzeit habt ihr einen Sollzinssatz von 0,94%. Wenn ihr andere Laufzeiten wählt, die kürzer sind oder die länger sind, dann habt ihr auch andere Zinssätze. Für das heutige Beispiel habe ich uns jetzt die 20-jährige Laufzeit rausgesucht. Und bei der KfW sind 10 Jahre Zinsbindung ja immer das Maximum, was geht. Deswegen steht hier 10JZB. Das steht für 10 Jahre Zinsbindung. Und wenn ihr dieses Darlehen bekommen wollt, dann müsst ihr auch eine Baubegleitung hinzuziehen. Das heißt, ihr braucht einen sogenannten Energieeffizienz-Experten. Und weil der natürlich Geld kostet, könnt ihr hier über die KfW nochmal ein zusätzliches Darlehen von bis zu 10.000 Euro aufnehmen. Das heißt, über das KfW-261er-Programm, wenn ihr das mit dem EH55-EE-Standard umsetzen wollt, könnt ihr bis zu 160.000 Euro Darlehen aufnehmen. Und wenn der Energieeffizienz-Experte euch dann bestätigt, dass alle Baumaßnahmen so umgesetzt worden sind, dass der EH55-EE-Standard erfüllt ist, dann bekommt ihr die Zuschüsse, die Tilgungszuschüsse in das KfW-Darlehen direkt. Das heißt, ihr bekommt eine Bestätigung von dem Energieeffizienz-Experten. Das schickt ihr dann zur KfW und die schreibt euch dann folgende Zuschüsse gut. Einmal für den EH55-EE-Standard bis zu 30.000 Euro. Warum sage ich immer bis zu 30.000 Euro? Weil es ein prozentualer Zuschuss ist. Das heißt, wenn ihr auch ein kleineres Darlehen aufnehmt, beispielsweise 100.000 Euro, bekommt ihr 20% Tilgungszuschuss für dieses EH55-EE-Paket und dann bekommt ihr natürlich nur 20.000 Euro. Hier gehe ich jetzt davon aus, ihr nehmt 150.000 Euro auf, bekommt dann 30.000 Euro Tilgungszuschuss. Zusätzlich, weil ihr ja ein Haus mit der Energieklasse H, was wir zu Beginn hatten mit dem Energieausweis, saniert habt, bekommt ihr den Zuschuss für das sogenannte Worst Performing Building. Das sind nochmal 10%. In dem Fall wären das dann 15.000 Euro. Und für die Baubegleitung, also den Energieeffizienz-Experten, wo ihr 10.000 Euro Darlehen aufgenommen habt, da bekommt ihr auch nochmal 50% Zuschuss. Das wären dann in dem Fall 5.000 Euro. Also in Summe wird hier in dem KfW-Darlehen 50.000 Euro Tilgungszuschuss gut geschrieben. Das heißt, von 160.000 Euro wären dann nur noch 110.000 Euro Restschuld übrig. Und jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, ja, warum kann ich das denn jetzt nicht direkt mit dem Darlehen A beantragen? Und das liegt in der Herausforderung in der Sache der KfW an sich, dass ihr einen bestimmten Ablauf einhalten müsst. Das heißt, im ersten Schritt beauftragt ihr einen Energieeffizienz-Experten. Der macht eine Bestandsaufnahme und spricht dann Empfehlungen aus, was ihr umsetzen solltet, damit ihr diesen Energieeffizienz-Standard auch erreicht, also diesen EH55-EE-Standard auch erreicht. Dann geht ihr auf Handwerksunternehmen zu und lasst euch Angebote erstellen. Dann habt ihr eine Kostenkalkulation. Dann wisst ihr, okay, Photovoltaikanlage kostet so viel, Außenwände müssen gedämmt werden, kostet so viel, Fenster müssen ausgetauscht werden, kostet so viel. Nur mal als Beispiel. Und dann habt ihr eine Kostenkalkulation und dann wisst ihr ja erst, wie viel Darlehen ihr für die Sanierung aufnehmen könnt. So, und wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr zu der Bank, wo ihr das Darlehen für die Kaufpreisfinanzierung aufgenommen habt und die beantragen dann für euch dieses KfW-Darlehen. Und jetzt fragt sich vielleicht immer noch der ein oder andere, ja, aber warum mache ich das nicht einfach, wenn ich die Immobilie kaufe? Wenn ihr das natürlich schafft, mit dem Energieberater vor der Kaufpreisabwicklung schon in die Immobilie reinzukommen und euch die Handwerksunternehmen auch schon in die Immobilie reinholen könnt und die auch schon die Angebote erstellen könnt, dann könnt ihr natürlich auch die Sanierung direkt mitfinanzieren über die KfW. Aber das ist in den meisten Fällen einfach in der Praxis nicht umsetzbar, weil diese ganzen Abläufe mit dem Energieeffizienzexperten, mit den Handwerksunternehmen, das muss ja auch alles mit den Verkäufern immer abgestimmt werden. Und das ist schon mit immensen Aufwand und auch Zeit verbunden und dementsprechend ist das nicht immer eins zu eins direkt umsetzbar. Deswegen wird es oftmals in zwei Schritten gemacht. Wenn wir euch dabei begleiten können, das heißt einmal bei der Kaufpreisfinanzierung und einmal auch bei der Finanzierung des KfW-Darlehens, dann schreibt uns gerne eine Anfrage. Wenn wir Kapazitäten frei haben, wir beraten deutschlandweit, dann können wir euch auch helfen bei der Umsetzung. Hier kommt ihr jetzt zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.